Herzlich willkommen zum Interaction Price Check. In diesem Video schauen wir, ob es sich lohnt, die Extension Interaction zu kaufen oder ob man alle Teile auch einzeln kaufen könnte. In der Extension Interaction sind enthalten die Switch, der Elevator, der Starter, zwei Trigger, der Lever, der Controller und das PowerZier. Ich rechne überall mit den Listenpreisen. Das Interaction Set kostet 160 Euro. Der Lever kostet einzeln 26,99 Euro. Der Elevator auch 26,99 Euro. Ein Trigger und die Switch kosten zusammen 44,99 Euro. Noch ein Trigger, das Ziel und der Starter kosten zusammen 44,99 Euro. Und der Controller nochmal 24,99 Euro. Insgesamt kommen wir da nur auf 168,95 Euro. Allein so würde sich das Interaction Set schon lohnen. Allerdings gibt es in zahlreichen anderen Shops das Set inzwischen für viel weniger Geld, zum Beispiel aktuell auf Amazon, für 105 Euro. So, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ciao! Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020